Massivholzboden einölen. Ihr sucht eine natürliche Oberfläche für euren Boden und wollt keinen giftigen Lacker auf eurem Parkett haben, auf eurem Massivholzparkett. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr einen Boden einölt und was passieren kann, wenn ihr nicht aufpasst. Was ist Hartöl? Grundsätzlich besteht Hartöl aus Leinöl, Leinöl, Holzöl, Leinstandöl. Manche Produkte enthalten auch Balsamterpene oder Orangenterpene als Lösungsmittel. Hier haben wir heute jetzt das Fußboden-Hartöl. Stellen wir euch vor und das haben wir euch auch als Datenblatt unten verlinkt. Da seht ihr dann die ganzen Inhaltsstoffe, also die Volldeklaration des Fußboden-Hartöls von Kreidezeit. Und da steht auch noch mal das drin, was ich jetzt gleich sagen werde, nämlich alles zur Verarbeitung. Also es geht los. Der Untergrund muss unbehandelt, staubfrei, sauber sein, fettfrei, chemisch neutral und saugfähig natürlich. Die Verarbeitungstemperatur sind so 10 Grad. Die Holzfeuchte sollte unter 15 Prozent liegen. Also alles, was so ein Massivholzboden haben sollte, unter 15 Prozent. Feuchtigkeit ist sehr klar. Jetzt kommen wir zu zwei Schritten. Ich zeige euch zunächst Auftrag zur Hand. Also wenn ihr keine Maschine habt, im zweiten dann mit einer Maschine. Also Auftrag zur Hand. Ihr rührt das Produkt oder schüttelt das Produkt kurz auf, damit es einfach einmal durchgeschüttelt ist. Dann verteilt ihr das Hartöl mit einem Pinsel oder einem Lappen. Nach 10 bis 20 Minuten Einwirkzeit könnt ihr die ganze Fläche mit einem trockenen Lappen gründlich abreiben, damit die Oberfläche seidenmatt ist. Also es dürfen keine Pfützen oder sowas auf der Oberfläche bleiben. Man lässt es einfach 20 Minuten einwirken. Das heißt, wenn ihr einen Raum macht mit beispielsweise 20 Quadratmeter, 15 Quadratmeter ergibt sich das von alleine, dass ihr, wenn ihr an der Türe seid, dann seid ihr ja fast schon soweit. Dann ist schon fast die Zeit um. Dann könnt ihr schon, dann wartet ihr noch ein bisschen und dann fangt ihr an abzureiben, dass kein Hartöl an der Oberfläche gehen bleibt. So, jetzt Nummer zwei. Habt ihr einen Tellerschleifer zur Verfügung, wo ihr ein Pad drauf machen könnt, dann tragt ihr auch das Hartöl auf, wie oben beschrieben. Auch wieder nach 10 bis 20 Minuten Einwirkzeit. Dann könnt ihr dann das Pad drauf machen auf den Tellerschleifer, auf den Polierer und könnt alles schön abreiben und die besten Ergebnisse bekommt man natürlich, wenn man es mit der Maschine macht, also mit so einem Tellerschleifer. Gleichmäßiges Erscheinungsbild gibt es dann und einfach einmal durchs Zimmer petten. Jetzt kommt Vorsicht der Selbstentzündung. Natürliche Öle trocknen und erhöhten durch Aufnahme von Sauerstoff. Wenn man jetzt so einen Lappen zusammengeknullt hat, kann die Wärme nicht abziehen. Die Wärme wird wiederum begünstigt, dass die Sauerstoffaufnahme der Öle, was noch zu mehr Wärmeentwicklung führt. Eine Kettenreaktion kommt dann in Gange und unter gewissen Umständen kann sich das Material dann selber entzünden. Also ölgetränkte Lappen nach der Verarbeitung feuersicher aufbewahren, raus aus dem Haus, rein in ein Wassereimer, dass da nichts passiert. Ist es gefährlich für meinen Holzboden? Nein, ist es nicht. Dieses, was ich gerade gesagt habe, mit der Selbstentzündung gilt für Lappen, für Pinsel und für alles Werkzeug, das er benutzt, also auch Päze und so weiter, raus aus dem Haus oder in Wassereimer rein, dass da nichts passieren kann. Zusammenfassen der wichtigsten Punkte. Erstens restloses Entfernen vom Hartöl vom Boden. Das Hartöl muss vollständig eingezogen sein und Vorsicht bei der wegen der Selbstentzündung. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr über alternatives Bauen wissen möchtest, dann abonnier doch unseren Kanal, stell deine Fragen unten rein, wir beantworten jede Frage. Weitere Videos findest du hier und hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Bernd vom Naktur Baustoffhaus.